Guten Morgen, Nino. Hast du gut geschlafen? Schön geträumt? Also ich schlafe auch gern gut und lang. Aber wenn ich jemandem über 80.000 gebe und dann nichts von ihm höre, dann schlafe ich nicht gut. Sogar regelrecht schlecht. Das verstehst du sicher. Ja. Scheiße. Hast du doch irgendeine Ahnung, wo ich gestern die Tasche hintermacht? Die Tasche, du, die Tasche. Mir ist scheiss doch auf die verdammten Rolle. Wenn ja ich es weiß, ist es ja keine beschissene Milka, weil ich... Wo ist die polnische Nutte? Hast du jem da Ahnung, warum er besoffene Schlampen, wenn die ist die Russisch spricht? Die beschissenen Albaner haben mein Auto. Nino, du scheiss Koksler. Halt dich, du nähst mich. Sei froh, dass ich dir nicht von deiner Tunte den Arsch aufreist. Sei froh, Alter. Die sind schon ein Zeil heiß auf mich und ich glaube, die haben mein Auto geschült. Das sind keine beschissenen Serben, das sind scheiß Albaner. Wo ist scheiß Albaner? Halt! Mach das nicht. Was dann? Was? Ich hab jetzt echt keine Zeit für ihren alten Nazi-Verein. Jetzt pass immer auf, Katsch. Wir haben sie vorbein, der Waschmaschiner. Es geht dir insofern was an, weil da wahrscheinlich das Zeugs drinnen ist. Und erstens kann es auch einen Haufen Albaner, einen Haufen Kohler schneller gauern machen als ein Staubsauger. Und zweitens gehört ein Großteil davon, Viktor Koslowski. Und wenn Viktor Koslowski sauer ist, dann verteilt er seinen Ärger großzügig an alle Beteiligten. Also schwing deinen Arsch her. Zeig einmal zu. Ich sitze da nicht in der Position, dass es große Töne spuckt. Was willst du machen, wenn du den scheiß Puff-Butter nicht da hast, oder? Verdammte Bitch! Zeig zu Sugars, Knipsche! Was machen sie jetzt da? Sie bierbäuchige Kackfuld, sie brauchen grad gar nicht! Du kein Deutsch, fick dich! Und deutlich sprechen. Verdammt! Ich bring sie ins Häfen, sie mit ihren Tragen und den zieht keiner, Huren! Nimm den schönen Sack und verpiss die Arten! Verpiss! Jone! Was? Na! Groschen, aber halt! Das sollte eigentlich nicht passen. Wo ist Nino? Ja! Was hast du hier gekauft? Ja! Ja! Ich bin Kinka! Und du? Ich bin nicht. Scheiße. Ich hab dir gesagt, breche die Beine. Super. Das war das Nautik.